Warum sind Sie schon einige Nachfragen wegen Emma 2015 eingegangen? Wie können sich die Künstler, die Gruppen bei euch bewerben? Es geht ganz einfach und zwar über die Facebook-Seite von den Emma Awards, facebook.com.emmawards, entweder darüber oder einfach mir direkt selber eine E-Mail schreiben von d.tower.eldani-media.de Was wird gebraucht? Wir brauchen ein Demotape, es muss keine professionelle Aufnahme, sein, es reicht also auch eine Aufnahme mit einem Smartphone, eine Studioaufnahme oder sonstige, also wir müssen im Prinzip nur hören oder heraushören, ob die Stimme gut ist und würden uns dann im Prinzip bei den jeweiligen Künstlern dann direkt zurückmelden. Wann ist die Deadline? Die Deadline ist 15. Januar 2015. Also man hat noch ein bisschen Zeit. Man hat noch ein bisschen Zeit, genau, und die finalen Teilnehmer, die kommen dann wiederum auf die Emma Awards Compilation 2015 mit drauf. Es wird in diesem Jahr so sein, oder im nächsten Jahr, dass wir 16 Kandidaten auf diese Compilation mit drauf nehmen, aus jedem Bundesland einen. Und dann, also wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.